Ich spreche über wahre Friedensnobelpreisträger, weil ich bin die Karin und habe auch in den Medien und auch im Internet kursiert so herum, dass Barack Obama, Friedensnobelpreisträger und Empfänger 2009, den Preis zurückgeben soll und auch die Europäische Union, die haben den Preis bekommen 2012 und ist natürlich auch berechtigt, weil nur der für den Frieden investiert, ist für diesen Preis befähigt, ihn auch behalten zu dürfen. Und ich möchte jetzt über einen Mann erzählen, der auch nominiert wurde für den Friedensnobelpreisträger, zumindest ist er beantragt worden von der spanischen Delegation, Professor Rolando Toro. Er hat sich sehr für den Frieden eingesetzt, nur kennt ihn niemand. Er hat auch den Preis nicht erhalten, aber er war zumindest der Zweite. Und der Professor Rolando Toro ist in Chile aufgewachsen. Er ist 1925 geboren und hat natürlich die Militärdiktatur in Chile live miterlebt unter Pinochet. Und er hat, es war an der Tagesordnung, Diskriminierung, Festnahmen, Folter, Unterdrückung. Und er ist auch freiwillig aus dem Land geflüchtet, nach Argentinien, Brasilien und nach Italien. Und weil er wurde sowieso als verrückt erklärt. Und die Verrückten lassen wir leichter ziehen. Und er hat nämlich eine zentrale Frage gehabt für sich. Das ist wie ein roter Faden durch sein Leben. Und eigentlich soll das auch uns animieren. Die zentrale Frage lautet, wie können wir mehr Menschlichkeit entwickeln? Oder wie können wir uns wieder bewusst werden zur Heiligkeit des Lebens? Das Leben wieder als heilig zu sehen, empfindsam zu werden, sensibel zu werden. Aber wie schafft man das? Ich meine, wir können zehn Gebote auswendig lernen, rauf und runter, hundertmal. Habe ich auch lernen müssen, damals in der Schule, zu meiner Zeit. Ich habe sie auch schön darauf auswendig gelernt. Nur, was bringt einem das? Man muss es vorleben, erleben. Und er hat eben ein System entwickelt. Eine eigene Methode dafür. Er war nämlich Anthropologe, Psychologe und Künstler. Und er hat erkannt, das geht nur über das Erlebnis selber. Dann kommt die Bewusstwerdung und dann das Erkennen. Vor allem das Erkennen, was fehlt mir im Leben. Was will ich wirklich im Leben? Wie will ich leben? Mit wem will ich leben? Wo will ich leben? Was macht mich glücklich? Wie empfinde ich Glückseligkeit? Wie komme ich dorthin? Und da sollte sich jeder stellen, diese zentrale Frage. So nebenbei erwähnt, also er hat eben die Methode Biodanzer entwickelt. Ich bin auch Biodanzertrainerin. Wenn wer was mehr darüber wissen will, kann mich kontaktieren. Aber ich stehe dafür, dass eben er das zum zentralen Thema gemacht hat. Und sich jeder die Frage stellen sollte. Und jeder kann dazu beitragen. Und er hat nämlich ein Zitat, möchte ich vorlesen, das ist von ihm. Dass die einzige Revolution, die wirklich Sinn machen würde, wäre, wenn jede Person Zugang zur Zärtlichkeit hätte. Vom Säugling bis zum Kreis. Diese Empfindsamkeit zu erleben. Nähernde, wohlwollende Mitmenschen. Und weil ich da nicht nur drüber reden will und weil ich gesprochen habe, sowas muss man erleben, um angereichert zu bekommen, dieses nährende Feld, möchte ich mit euch eine Übung machen. Ja, die Übung geht so, wir können da, das ist eine Einladung jetzt an euch, alle mitzumachen, also ich werde euch, ich möchte euch infizieren für diese positive Infektion, ja. Ja, darf ich dich bitten? Ja, wir begegnen uns und reichen uns die Hände in aller Würde und Menschlichkeit und in der Größe. Und es ist eine empfindsame, achtsame Kontaktaufnahme. Ja, und die Übung lautet das Netz der empfindsamen Solidarität. Das heißt, ich habe dann noch eine Hand frei. Und vielleicht möchten wir noch die Hand reichen, du vielleicht. Ja. Und weil das heißt Vernetzung, ja, man ist nie alleine, wir sind alle vernetzt. Und erst wenn du merkst, ich habe jemand gefunden, ja, ich bin nicht allein, dann lösen wir uns mit Blick und mit Herz. Ja, komm, komm, komm. Und dann habe ich wieder eine Hand frei. Vielleicht will sich jemand wirklich verletzen. Und wenn...